Genom entziffert Forscher haben das Genom des Axolodl vollständig entziffert. Jetzt hoffen sie, hinter das Geheimnis seiner nachwachsenden Gliedmassen zu kommen. Wissenschaftler sind dem Geheimnis nachwachsender Gliedmassen, Muskeln und Nerven ein Stück weit auf die Spur gekommen. Ein Team aus Wien, Heidelbeck und Dresden habe die gesamte Arbeinformation des mexikanischen Schwanzleuchts Axolodl entziffert, teilte das Forschungsinstitut für molekulare Pathologie, IMP, in Wien mit. Der Leuch ist wegen seiner Fähigkeit zur Regeneration von Gliedmassen ein Schlüssel bei der Erforschung dieser Mechanismen. Die Axolodl wird bis zu 25 cm groß und existiert seit rund 350 Millionen Jahren. Quelle, Kadletz-Hannes-IMP-Deutsche Presseagentur Mit 32 Milliarden Basenpaaren sei dessen Erbinformation mehr als 10 mal so groß wie das menschliche Genom. Es handele sich um das größte bisher entzifferte Genom. Eine Gruppe um die Forscherin Elitanaker fand dabei mehrere Gene, die nur beim Axolodl, am Besturmer mexikanum, und anderen Amphibienarten vorkommen und in regenerierendem Gewebe aktiv sind. Wir haben jetzt die genetische Karte in der Hand, mit der wir untersuchen können, wie komplizierte Strukturen, z.B. Beine, nachwachsen können, erklärte Sergei Novos-Philo, Impus-Doktorand und Co-Autor der Studie, die in der Zeitschrift Natura erschienen ist. Wenn der kannibalistisch veranlagte Axolodl ein Körperteil verliert, wächst binnen weniger Wochen ein perfekter Ersatz mit Knochen, Muskeln und Nerven nach. Auch durchtrenntes Rückenmark und verletztes Netzhautgewebe kann der Axolodl wiederherstellen. Der Axolodl ist wegen seiner Eigenschaften schon seit rund 150 Jahren Gegenstand der Forschung. Quelle, Imp-Deutsche Presseagentur Zu Forschergruppe gehören auch Michael Hiller und Gene Meyers vom Max-Plenk-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik, MPTBG, in Dresden sowie Siegfried Schleusnig vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien, HITS. Der Axolodl ist wegen seiner Eigenschaften schon seit rund 150 Jahren Gegenstand der Forschung. Eine der größten Axolodl-Kolonien wird im Labor von Tarnaker am Imp betreut. Das Forschungsinstitut betreibt mit mehr als 200 Forschern biomedizinische Grundlagenforschung. Bisher wurde das Axolodl-Gnom aufgrund seiner Größe nicht komplett entziffert. Quelle, Kadletz-Hannes-Imp-Deutsche Presseagentur Der Axolodl wird bis zu 25 Zentimeter groß und existiert seit rund 350 Millionen Jahren. Er wird bis zu 25 Jahre alt. Von ihm leben in Labors mittlerweile wohl mehr Exemplare als in der Natur. Es gilt als wahrscheinlich, dass sein Kannibalismus ein wesentlicher Grund für die extreme Regenerationsfähigkeit ist. Angesichts dieses Fressverhaltens ist das Nachwachsen von Glühmassen und Nerven ein Selektionsvorteil. Bisher wurde das Axolodl-Gnom aufgrund seiner Größe nicht komplett entziffert. Dank der neuen PAK-Biotechnologie zur Bestimmung längerer Stücke des Genoms sei das nun möglich, schreibt das Imp. Auffallend sei, dass ein wichtiges und weit verbreitetes Entwicklungsgen PAKS III beim Axolodl vollständig fehle. Dessen Funktion übernehme ein verwandtes Gen namens PAKS VII. Beide Gene spielten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Muskeln und Nerven. Quelle Doppelpunkt Deutsche Presseagentur E. I. J. R.